Gute! Gute! Falls dein Selbstvertrauen noch unzureichend ist, denk daran, niemand ist von Anfang an perfekt. Selbst ich hatte einen Makel. Man gab mir zu viel Mitgefühl für menschliches Leid. Aber ich habe mein Handicap überwunden. Das meine ich ernst. Sei ruhig, du blöder Computer. Äh... Nee, sorry. Das wollte ich gar nicht. Da hinten ist aber ne Feder. Sorry. Da ist ne Feder, ja. Ja gut, der kam ja da rein, also quasi da rein, da hoch, ja, und dann ist man ja schon mal bei der Feder. Wahrscheinlich schmeißt du ja einen dagegen, oder? Ich probier's mal. Mach mal. Ah! Uch. Äh, danke. Ja! 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 Ja, wie geil ist das schon! Hey! Moment mal. Gar nicht schlecht. Ich leg jetzt ein Portal um. So. Oh, danke. Latsch. Toll. Ja, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ja, du stehst jetzt auf so einer geilen Schräse. Ja, aber ich könnte hier ein Portal rein brettern, ja. Ich kann auch da unten ein, zwei brettern. Nimm mal das Gelbe. Wohin? Da, wo du bist. Naher falle ich hier durch. Dann kommst du wieder zum Dings, zum Schleuder. Soll ich? Ich kann jetzt aber hier unten ist auch noch... Hier unten ist auch wieder eine Fläche. Ja. Guck mal, du mein... Ja, aber du musst ja wieder zurückkommen zu mir irgendwie. Wieso? Will ich vielleicht gar nicht. Ja, komm mal, lieber, bevor du... Ja, dann demolierst du dich halt gleich, ja. Wieso? Ich kann auch ein rotes hier unten neu hinlegen. Vielleicht kann man hier unten irgendwas anderes machen. Ja, aber du hast keinen Schwung im Moment. Ich meine, ich kann hier auch einfach rüber gehen. Ja. Und da ist irgendein Knopf. Damit macht man was. Aber... Ach so, ich muss da hin... Ach so. Wir müssen dich erstmal da hinkriegen. Aha. Gut. Also zurück. Und jetzt? Ups. Oh, daneben. Scheiße. Oh. Wo bin ich denn jetzt? Oh, ich stehe. Ja, gut. Hast du das Netz gemacht? Ja, du stehst da oben halt. Wo ist das Sprungbrett hier? Boah. Ja, das Sprungbrett ist doch da. Ach, da oben. Ja, okay. Du musst hier wahrscheinlich im Flug irgendwas... Warte mal. Lass mal überlegen. Du fliegst da gegen die Wand. Vielleicht muss ich im Flug eins legen. Ja. Ja, oder ich muss, wenn dessen du jetzt gleich... Dadurch kommen wir umlegen. Fliegst, muss ich umlegen wahrscheinlich. Hm. Warte mal, kannst du von da oben meine ersetzen jetzt? Meine beiden Portale da? Siehst du beide? Ne, ne? Doch, doch. Geht. Warte. Ersetzt die mal bitte. Okay, oder Dingschen. So, hab ich. So. Jetzt kann ich nämlich schon mal hier rüber. Und ich weiß ja, dass du hier ankommst. Da. Da mach ich dich mal, dass sie lustig aussehen. Nehmen wir mal das. Spring mal durch. Da bin ich schick. Aua. Nice. Okay. Äh, jetzt muss ich nur irgendwie da hinkommen. Siehst du meine blauen und meinen blauen... Ah, ne, warte mal, jetzt ein Schalter. Ah, da ist eine Kugel. Äh, die fliegt da auch gerade hier lang. Ah, hier ist sie. Hier ist sie. Wie cool ist das denn? Lass einfach fallen. Ja. Und da drauf und dann kommt er auf zu Gruner bestimmt oder so. Ah ne, dann geht die Tür hier auf. Warte mal. Ja, jetzt musst du noch hier hoch. Kannst du meine Portale da ersetzen? Ähm, das. Und das und dann komm rüber. Ja. Das ist doch rot. Na, wo bleibs? Geil. So. Da fließt er. Hihihihihi. Oh, Gottes Willen. Ja. Ist das ekelhaft. Ah, geil. Sehr gut. Alles in Himmelsrichtung. Alles dreht sich, ey. Das war gut. Hat Spaß gemacht. Das Spiel ist schon geil. Also ich glaube ich werde mir auch noch auf jeden Fall das Buch kaufen dazu. Ja. So, jetzt auch hier schon ziemlich fett. Ja. Äh. Was passiert hier? Hier fliegt bestimmt gleich so ein Ding. Na ja. Tchuuu. Flatsch. Ah, hier. Okay, warte. Äh, da ein Portal rein. Ja, und hier ist auch so eine Feder, ne? Ja, genau. Warte. Mal springen. Ja. Flatsch. Flatsch. Okay, cool. So, jetzt müssten wir halt irgendwie nur so einen Quader dann irgendwie hinkriegen, ne? Wo ist noch eine Fläche hier? Ach, da oben. Da oben ist eine Fläche. Da könnte ich... Halt. Ja. Ja, ersetzt halt. Okay, ja doch. Jetzt könnte... Nee, könnte es gut sein. Warte mal. Ich will mal selbst... Ah. Jetzt versuche ich mal hier. So, jetzt liege ich irgendwie... Gott. Okay, jetzt haben wir wieder so einen... Sierkot. Ähm, aber jetzt müsstest du... Ich muss, glaube ich, im richtigen Moment im Flug die Kugel fangen. Ach so, das kann sein. Okay, alles klar. Das wollen wir ein bisschen ausprobieren. Jetzt? Uh. Ah, okay. Okay, das muss Feuer sein. Gut gemacht. So, ich drücke jetzt mal. Jetzt, jetzt... Ah. Boah, das wird nicht einfach hier. Alles läuft wunderbar. So, ich drücke. Ja, ich war jetzt aber falsch rum. Uh. Sehr... Sehr gut. Warte, warte, warte. Jetzt. Ah. Ich muss auch in die richtige Richtung nehmen, mal Kugel hier. Ach. Ich dachte, ich hätte sie gehabt. Jetzt. Ah. Sie ist über mir irgendwie. Jetzt, jetzt kriegst du sie. Da. Ah. Ich drücke die ganze Zeit. Ich dachte auch, ich würde sie jetzt sehen. Jetzt kriegst du sie. Ja. Aber jetzt habe ich nach oben geguckt. Das war aber das Timing war, glaube ich, gut. Jetzt? Ja. 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 Sehr gut. Und jetzt? Jetzt muss ich nur drüber hin, dass ich irgendwie mal aus diesem Kreis laufe. Okay. Aua. Äh. Die muss aber da drüber hin. Ja, dann rüber damit. Glaube ich. Hä? Ah. Ja. Soll ich rüberkommen? Ja. Ich glaube, das war's. Glückwunsch zum Abschluss des letzten Tests. Aber etwas beunruhigt mich. Kann man ohne tödliche Konsequenzen überhaupt noch von Wissenschaft sprechen? Ähm. Haha. Was ist scheiße hier? Okay. Tschööööö. Tschöööö. Ab in ehem Ab. Gute. Gute. Ach ja, als Download-Content gibt es noch weitere Kampagnen hier. Mh, habe ich gesehen. Habe schon runtergeladen. Echt? Ja klar. Kostet ja nix. Ja, ja. So, darum sind zwei Knöpfe. Ja, ich wollte auch, aber es hat zu lang gedauert. Doch, das kann natürlich nix werden hier. Ich weiß nicht, wie es überhaupt was ist hier. Naja. Flatsch, flatsch. Ja, ihr schwimmt sie denn nicht? Vielleicht musst du ja auch noch was öffnen. Ah, Countdown drücken. Da gibt es einen Countdown. Für was? Äh, und jetzt? Keine Ahnung. Eher was müssen wir gleichzeitig machen. Ach, wir müssen ja gegen die Knöpfe da. Ach klar, Mann. Da irgendwie sowas. Ach ja, okay. Äh, naja. Ja, passt. Okay, das heißt du, äh... Also so irgendwie. Quatsch. Ja, das muss man wahrscheinlich gleichzeitig machen, ne? Ja, ja. Genau, du musst so mit deiner Rampe aufbauen. Warte mal, da ist meine Rampe. Also die nimmst du, ne? Ich nehme dann die hier, ne? Ja. Dann quasi da. Ja, genau. Und da, ne? So, steh ich schon mal eben hier hinten dran. Moment. Ich ja auch. So, jetzt Countdown starten mit... So, ne? Halt. Äh... So, da ist Quader, da ist Licht. So, da ist Quader, da ist Licht. Jetzt, das Licht irgendwie... Guck mal, da ist so ein Auge! Wenn wir da das Licht rein befördern, dann bewegt sich glaub ich dieser Aufzug. Wie soll ich denn das da rein kriegen? Ja, das sind zwei Terroristen. Au, shit. Hihihihi, du machst das mit dem Quader. Was ist das denn? Die gehen nach der Zeit halt so ein bisschen zu, ja, und zermallen meins. Ja, wo muss, wo muss ich das Licht hinbündeln? Er ist da oben, ja. Ist ja ekelhaft. Ja, aber wie kriegen wir, achso, warte mal, wir können ja ein Portal lesen. Ich gehe hier weg. Ja, ja, gehe da weg erstmal. So, jetzt müsstest du das Licht schon hinkriegen. Stimmt, ok. Ja, da musst du aber hoch dann halt wahrscheinlich. Da muss ich dann hoch, ja, und da musst du. Aber warte mal, was ist denn, wenn ich jetzt hochkomme? Was gibt denn das? Da oben ist dann die schwule Rampe. Ja, weiter. Ja, die Rampe haut dich da drüben an den Schalter. Ja, ja, aber wie komme ich an die Rampe? Der Fahrstuhl fährt ja nun mal nur hoch. Darüber. So. Der Fahrstuhl fährt hoch, wo fährt der Fahrstuhl hin? Der geradeaus hoch, glaube ich. Soll nochmal ausprobieren. Kannst du da irgendwie hin? Also, ich weiß nicht, ich finde das fährt der Fahrstuhl auch nicht nur hoch, sondern irgendeine andere Bahn. Naja, gut, gucken wir mal. Probieren es einfach mal. Ja. Okay, ich fahre hoch, 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 hoch. Nee, ich fahre nur hoch. Du fährst nur hoch. Nee, warte mal, ich überlege gerade. Scheiße. Du fährst nur hoch. Aber da oben sind auch weiße Flächen. Also, ich fahre bis auf diese Höhe ungefähr. Ich kann natürlich, klar, ich kann von da runter springen, mit Schwung, irgendwie hier. Quatsch. Und dann da oben raus. Ja, pass auf. Ja, dann kriegst du hier von mir das Rote und dann schießt du durch das Gelbe. Mach mal ein Grades hier, aber eben. Och. Mach diese krumme Sache nicht. Ja. Okay. Ja, das müsste funktionieren. Okay, so machen wir das, also. Na, ich gehe rein. Ja. Och, Mann. Jetzt. Ich fahre hoch. Okay, wir sind abgesprungen. Äh. Was denn? Bin ich dagegen gekommen? Ja, ich bin dagegen gekommen. Ich glaube, jetzt darfst du hier einfach durchgehen. Schrauben wir den Quader rüber, oder? Oder soll ich den liegen lassen? Den brauchen wir nicht mehr. Ja. Hier ist der Ausgang, also. Haha, sehr gut. Äh. Das ist nur so ein ganz kurzes Ding hier. Also wenn ich springe, geht die Tür auf, aber da kommt nur einer durch. Ja, das reicht doch erstmal. Mach mal. Okay. So. Ist ja nur Portalwand irgendwo. Äh, nee. Vielleicht furchten wir doch den Quader. Vielleicht kann man den auch springen lassen. Ja. Das glaube ich ist eine gute Idee. Mach mal auf. Ja, Moment mal. Ich hole ihn ja gerade. Oh. Aber vielleicht kann man den Quader die Tür sperren, oder so. Oder sonst irgendwas. Ja. Das funktioniert. Das geht, oder? Aber ich bin nicht, ja. Ich bin nur nicht schnell genug wieder drüben. Als kann man den Quader nicht irgendwie... Ja, von hier aus rüberwerfen, ja. Werfen kann man ja nicht. Ne? Warte mal. Ups. Aber... Doch, Gott, mal. Auf, komm. Ach nee, ja, vielleicht doch. Ah, Moment. Warte mal, das könnte klappen. Ach ja, okay. Quader schmeißen, oder dann da durchlaufen, ne? Ja. Okay. Ah, Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich diese Tests noch einfacher machen kann. Ja. Scheiße, jetzt bist du... Ach so, ganz am Anfang, aber ist egal. Äh, wieso bin ich jetzt ganz am Anfang? Ach so, ja, muss ich halt einfach nur durchlaufen. Jo. So. Ne, du stellst schon mal in die Tür und gehst direkt durch. Ich bin schon drüben. Ah ja, stimmt. Da passiert es gut. Renn, 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 renn. Gut. Ach so, ja. Nach dieser Vorstellung ist wohl eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken angebracht. Jede, der, 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 der... Mann, Mann, Mann. So. Tschö. Ja, das waren die offiziellen Teststrecken, ich glaube, ne? W structures sind, ähn.